Friedensaktivistinnen unterwegs für Abrüstung und Ausstieg aus der Rüstungsproduktion. Im Rahmen ihrer alljährlichen Friedensfahrertouren radeln die Aktivistinnen in diesem Jahr in München und Umgebung. Hier gibt es viele reine Rüstungsfirmen sowie eher unbekannte Zulieferer oder Dienstleister für das Rüstungsgeschäft. Die Radler und Radlerinnen wollen sich vor Ort darüber informieren, was im Raum München alles für die Kriege in aller Welt erfunden, erforscht, entwickelt und produziert wird. Bei diesen Protestaktionen sollen interessierte Teilnehmer wie auch unbeteiligte Passanten über diese Geschäfte informiert werden, um die Öffentlichkeit für die Gefahr, die vom Rüstungswettlauf ausgeht, zu sensibilisieren. Die Aktivistinnen sprechen sich aus gegen Kriege als Mittel der Politik und treten ein für eine zivile Konfliktlösung. An einigen Orten werden sie von friedensaktiven Menschen vor Ort empfangen. Eines der Ziele auf der heutigen Tour ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Der Weltraum, vielleicht auch nochmal den Zusammenhang herzustellen. München und Region als Zentrum der Luft- und Raumfahrtindustrie. Und Raumfahrt hat von Beginn an immer den militärischen Aspekt gehabt. Wer Satelliten raufschießen kann, Satelliten in der Umlaufbahn bringen kann, von Satelliten aus die Erde beobachten kann oder eben seine Kommunikationssatelliten oben haben kann, kann aus dem Weltraum aus seine militärischen Kräfte einsetzen und steuern. Und wenn wir in der Lage sind und Krieg führen wollen, dann ist es strategisches Ziel, erster Größenordnung, hier die Bodenkontrollstation auszuschalten. Also wenn es wirklich zum Konflikt mit Russland kommt, dann schebert es als erstes hier, meiner Meinung nach. Ein Institut innerhalb des DLR heißt Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, DFD. Es ist ein Datenzentrum zur Erlangung von allen möglichen Erddaten. Das Institut stellt sich relativ zivil auf und betont die Nutzung der Daten für ökologische und allgemein geografische Zwecke. Also wer Krieg führen will, muss natürlich wissen, wo er hingeht. Wo ist man denn eigentlich? Wo sind wir denn? Haben wir die genauen Karten? Die Erfindung der Kartografie im 18. Jahrhundert für die napoleonischen Kriege war ein ganz entscheidender Schritt, dass man überall Krieg führen kann. Und heute ist es eben mit Satelliten, dass man die Erde so weit erkundet, dass man kennt und weiß, wo man denn hingeht. Dieses Radarsystem ist auch ein ganzer Radarsatellitensystem, ein ganz wichtiger Meilenstein oder Eckpfeiler für die autonome strategische Kriegsführungsfähigkeit auch der Bundesrepublik Deutschland. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schleifring fertigt die Drehelemente für die gepanzerten Fahrzeuge Leopard 1, Leopard 2, dem Schützenpanzer Puma und dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard Der Anteil an militärischer Fertigung beträgt 10% Wenn das 10% sind, dann könnten 10% auch konvertiert werden Wir verwahren eine Friedensradertour die ganze Woche, wir haben am Montag begonnen Auf dieser Friedensradertour besuchen wir Firmen, die Rüstungsgüter exportieren Und diesen Firmen wollen wir was sagen Und zwar alles was wir sagen wollen ist Es gibt im Brief keine Chance, sondern Anstatt Rüstungsgüter zu exportieren Zivile Produktion einzusteigen Zivile Produktion einzusteigen All we are saying is give me such a chance All we are saying is give me such a chance All we are saying is give me such a chance Wir sind sehr erschrocken und entsetzt, dass auch unsere schöne Stadt Fürstenfeldbruck zu einem Rüstungsstandort gehört Ja, wir wissen alle und leiden darunter, dass die Rüstungsansporte steigen und zunehmen weltweit Und Deutschland ist vorne an Wir und das bekümmert mich besonders in Bezug auf die Flüchtlinge Wir exportieren Krieg, wir exportieren Wirtschaftskrisen, Hunger, Elend, Zerstörung Es ist grausam und es ist nötig, dass wir alle etwas tun Nicht den Krieg vorbereiten, wie das hier in unserem Land geschieht Sondern den Frieden vorbereiten Und das gäbe es viele Möglichkeiten, den Frieden vorzubereiten